Ja, dann. Willkommen zurück zu Gauntlet. Wir konnten die Verbindung wiederherstellen und machen dann jetzt direkt wieder bei den abgefuckten Spinnen weiter. Äh, bei den Spinnen. Spinnen. Oh, dadurch schon Gold liegen hast. Ich mein's, dadurch ich verloren habe, möchte ich kein Gold haben. Ich mag den Skill jetzt schon. Ich mach mich einfach unsichtbar und die laufen alle zu ghosty. Ja, so muss es aber auch sein, weil ich ein bisschen tanken soll. Aber der Große muss weg. Der macht richtig kräftig Aua. Dieser Große. Der bei mir läuft. Ja, bei dir den, genau. Ich hab nur den töten können, der hier bei mir war. Wenn du den da sonst wohin trägst, kann ich nix machen. Hallo, nicht das Futter kaputt machen. Nö, 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 nö. Später. Ja. Äh. Später. Später, nö. Babb kaputt gemacht. Ups. War nicht dahin gezählt. So, Fais, du ist drauf da. Der, der ist schon. Bei mir ist er noch Fais. Jetzt. Ah, da. Da. Oder? Darum liegt es nicht nur im Leben. Sehr schön. Ah, stopp, das ist jetzt Gold weg. Noch kein Gold. Und er nimmt es erst gar nicht. Äh, ich will das Gold da oben haben. Oh, komm her, die Gashim. Oh, der hat es gegeben. Und ooooh. Oh, der hat es gefrittet. Oh, der hat alles weggefressen hier. Oh, er hat es gefrittet. Perfekt! Da hinten ist Essen! Das ist meins! Danke! Äh, das scheint wohl ein kleines Rätsel zu sein, oder? Ah, Schlüssel! Eieieieiei Ah, die dicken Tunnel! Hohoho, fuck! Äh, nicht nur du! Oh, wir werden leben! Ups! Nicht das Gold aufsammeln! Oh, ich war ja gleich in der Omen macht! Oh, Sprengstoff! Und du hast noch einen Schlüssel, ne? Pass! Ähm, warte mal! Und du hast noch einen Schlüssel, Robert! Das Mana! Hast du's? Ja! Äh, wo hier die zwei Schlüssel? Und dann erstmal oben... Ähm... Oh! Oh! Eieieieiei! Oh, ich mag dein Eis! Hehehe! Weiß doch! Ich und Eis, sofort dabei! Lass mal aber gucken! Oh, das Mana! Das Mana brauchen wir auf jeden Fall! Na, hier! Ähm... Das Gold! Hol dir mal das Essen! Alles noch im grünen Bereich hier! Ja, klar, aber nimm's mal! Was heißt das? Ich glaube, dem hebe ich... Oh! Ah, ich hab hier noch was! Ich musste ja gerade erst mal ne Spinnenarmee töten! So, was haben wir hier unten? Ähm, warte, warte, warte! Bei dir nicht aufmachen! Ähm... Ich weiß, wir warten müssen, wenn man Kudau wieder zurück ist! Ach, das klappt doch so! Ach, sch... Uweil bin ich auch so sehr dran gelaufen! Egal, hier ist ein neuer! Nehm dir das Gold! Oh, da waren noch jeder genug Schlüssel hier! Scheiße! Ah, großer! oder auch nicht ich freue mich auch schon mit soft of it beziehungsweise fragezeichen das ist ja eine kreuzung aus sowas hier aus dem rock like hält und your souls games richtig geil hatte ich aber auch schon mal gezeigt ja klar weil ja halt einfach alles erst nichts das war siehst du da die gloromada für dich Ah, oh. Ah, okay. Du hast doch noch zwei Schlüssel, hier, mach mal. Ja, ja. Hier auf. Nimm dir das Gold. Den Münster haben. Ist das auf der anderen Seite? Oh, das macht eine Marna und eine Münze. Ja, wir haben nur noch zwei Schlüssel. Ah, super. Du dich dran, so. Super. Ja, dann mach dir einfach drauf. Wenn wir jetzt einen Schlüssel dafür wahrscheinlich nicht kriegen. Vielleicht weiter hinten. Gucken. Wann bestimmt noch einen rankriegen. Oder wir hätten das einfach das Schlüssellabyrinth ein bisschen effizienter nützen sollen. Ja, ja, ich bin halt auch an eine Tür aus der Sonne rangekommen und dann zack, Schlüssel benutzt. Okay. Ich würde sagen, das ist die, wo die... Okay, die ist die, wo die... Okay, die ist die, wo die... Okay, die ist die, wo die... Ich glaube, ich habe den Gold aus der Sonne eingesammelt. Ja, pass. Warte mal hier, vielleicht ist noch ein Schlüssel drunter. Ne. Oh, man. Wo ist eigentlich die Krone hin? Weiß ich nicht. Jetzt ist irgendwie keiner von uns beiden. War das Letzte? Na, denk dran hier, die Dinger kaputt zu machen. Schlüssel und so. Hier geht es auch noch irgendwo hinspringen. Ach, geht es einfach nur noch runter. Ah, ein Shortcut. Weil wir müssen hier sowieso, hast du schon runtergeschottet, ne? Ja, habe ich. Ja, wunderbar. Da hätte ich jetzt nicht so drauf geachtet, ob du es schon runtergeschobt hast. Na lol. Scheint es Ende zu sein, ne? Das war's. Jupp. Level abgeschlossen. Mal gucken. Äh, okay. Ja. Weiter geht's. Tunnel. Wie weit geht denn das hier überhaupt noch? Kann man gar nicht runtergucken, ne? Ach doch, mit Skollrad. Doch, mit Skollrad, ja. Oh, na ja, ein bisschen was ist hier noch. So ein paar Level, ja, eben. Ja, kann ich mir schon wieder was kaufen? 30.000. Was kann das eigentlich, das neue Schild? Hoppala. Ah, ich sollte mal ehmählich das rankriegen. Dann bringt das Marder definitiv mehr was. Du weißt ja gar nicht einfach Bescheid, wenn du ready bist. Ja, ja, ich bin hier gerade bei mir am Durchlesen. Was war jetzt hier mein Eiszauber, was nicht schlecht war, genau. Wie kostet das? Das ist 24.000. War sehr geil. Schon mal aufgewertet. Bin bereit. Musst nur go machen. Ja, Moment. Ich muss doch mal kurz der Ratte schreiben. Ach so, ja, für euch Zuschauer, geht mal Doc vorbei, Hashtag Rattengriff. Das war so Arschklar. Ja, wenn's kurz, dann schon geht's los. Genau, er weiß schon, für wen es kommt. Hier, war einer für dich. Ah, okay. Oh, shit, 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 shit. Ich bin tot. Lol, was ist so? Ja, ich hab die dicken, halt nicht so schlecht gesehen, halt. Oh, shit. Okay, wir haben ein neues Leben. Lass erst mal hier unten kurz hingucken. Da oben... Ja, da geht's weiter. Deswegen muss ich hier unten erst mal gucken. Ja, unten ist nichts. Ja, das hab ich ja aber nicht wirklich gesehen, dass da nichts ist. So ist das halt mit dunklen Leveln. Oh, was wollt ihr denn von mir? Hauptsache, krallst du das Ganze geholt. Ja, ja, halt kein Zuweis abkriegen. Wir haben keinen Mana. Ja, das ist mies. Und mein... Ich meine, mein Icekill ist immer noch ein Codown. Oh, jetzt kite mal. Jetzt ruft er. Oh, ich bin fast tot, ey. Spawner ist kaputt. Und du auch. Ja. Nicht einmal der Tod wird mich von meiner Rampen verquellen. Gut. Oh, wie haben wir ein neues Leben dazu? Oh, wieder Mana. Oh. Oh lol. Das war's schon. Oh, scheint nur ein kurzes Level zu sein hier. Na, keine Krone mal wieder. Ja, das ist jetzt nur... Ist aber gut aufgeteilt gewesen. Ey, wir wollten noch ins Bonus. Ja, sicher. So kommen wir hier nicht. Das war ein zweites Level. Ja, aber wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, äh... Folge Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.